Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Samstag, dem 1. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 863 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Edge, Skype, WWDC und Community. Ja, es wird eine kurze Folge, aber ja, ich hatte gerade Zeit. Microsoft Edge, der Browser aus dem Haus Microsoft, der Nachfolger vom nicht wirklich beliebten Internet Explorer oder heiß verhassend oder wie man es auch immer nennen mag, der ist ja jetzt schon doch der ein oder andere Monat mit dem neuen Unterbau unterwegs. Das heisst, er basiert genauso wie Googles Chrome auf der gleichen Engine und hat eigentlich nur noch deshalb Eigenständigkeitsmerkmale, weil er mit eigenen Diensten verbunden ist. Logischerweise sind da OneDrive und halt die ganzen Microsoft-Geschichten, die so rumdüsen, darin eingebunden und angebunden. Und ein paar coole Features, wie zum Beispiel das Vorlesen lassen einer Webseite ist da mit dabei. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, warum ich den heute mit aufnehme. Wer nämlich den Edge nutzt und Google als Suchmaschine hinterlegt hat, der hat das aktuellen Problem, denn da macht die Minute zuf und der Browser ist weg. Er stürzt nämlich komplett ab und ist weg. Und das ist nicht unbedingt angenehm, das will man nicht, dennoch passiert es halt. Deshalb aktueller Workaround, der greift, ist die Suchmaschine, Standard-Suchtmaschine umstellen. Zum Beispiel in Richtung Bing, da wird sich Microsoft drüber freuen. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Nein, Scherz am Rande. Weiter geht es mit Microsoft. Und die haben nämlich schon vor einer Weilchen bekannt gegeben, dass Skype for Business irgendwann mal ersetzt werden wird. Irgendwann wurde dann auch mal definiert vor einiger Zeit, nämlich der 31. Juli 2020, also quasi gestern in einem Jahr, wird Skype for Business eingestellt und durch eben Teams ersetzt. Das macht Sinn, vor allem da jetzt durch die Corona-Geschichte die Teams-App wahrscheinlich deutlich schneller gewachsen ist an Funktionsumfang und Stabilität und allem Möglichen, als das Microsoft eigentlich eingeplant hätte. Somit sehe ich keinen wirklichen Grund, den Wechsel nicht schon jetzt zu vollziehen. Weiter geht es mit WWDC und weshalb WWDC? Die war doch Anfang des letzten Monaten, nee, nicht Ende des letzten Monaten, also ziemlich genau vor einem Monat. Ja, gestern habe ich ja erzählt, Apples Quartalszahlen sind rausgefallen. Da haben sie wieder mal tolle Gewinne vermelden können. Doch nicht nur das auch wurde vermerkt, dass das neue iPhone, das kommende iPhone sich um ein, zwei, drei Wochen verspäten wird. Das heisst, erst gegen Oktober kommen wird. Und auch hat Steve Jobs, genau, Tim Cook verlauten lassen, dass die erste komplett virtuelle WWDC ein grosser Erfolg gewesen sei. Logischerweise muss er das auch sagen, aber ich glaube, das ist auch so, wenn man sich die ganzen Zahlen so anschaut. 72 Stunden Videomaterial, viereinhalbtausend Developer haben sich eins zu eins Sessions gebucht und insgesamt wurden 22 Millionen Mal die ganzen Videostreams aufgerufen. Ja, mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren dahin ziehen wird. Aktuell spricht man ja schon davon, bis und mit Februar des kommenden Jahres keine Grossveranstaltungen zu haben und somit, ja, mal schauen, wie es dann eben mit den nächsten Entwicklermessen generell kommen wird. Zu guter Letzt gibt es noch etwas Neues aus dem Hause YouTube. Die haben mir nämlich eine Mail geschrieben und nicht nur mir, sondern jedem YouTube-Creator oder demjenigen, der einen Account hat und auch Videos hochlädt. Die Community-Beiträge werden ersatzlos gestrichen per, ich glaube, es war Ende September diesen Jahres. Habt die Mail nicht mehr auf, aber das war es, glaube ich. Und was ist das ganz genau? Wenn ein YouTuber ein Video veröffentlicht, möchte er natürlich, dass das nicht nur im eigenen Land gesehen wird. Und der eigenen Sprache ideal wäre doch, wenn das Ganze auch in verschiedenen Ländern angeschaut werden könnte, und der auf der ganzen Welt, somit das Video mehr Reichweite hat, mehr Werbung verkauft werden kann und der YouTuber reich wird. Scherz am Rande. Genau. Deshalb gibt es oder gab es die Möglichkeit, dass die Community eigene zusätzliche Sprachen hat anlegen können, dass die Möglichkeit bestanden, da weitere Funktionen anzureichen oder das Video mit mehr Möglichkeiten anzureichen. Und diese werden, wie gesagt, ersatzlos gestrichen. Hat zwei Gründe. Zum einen wurde es kaum genutzt. Zum anderen, der viel grössere Grund, es wurde für Spam missbraucht. Was bleibt, sind die automatischen Untertitel, die YouTube selber erstellt, die je nach Sprache besser und schlechter funktionieren. In Englisch natürlich ziemlich gut, in Deutsch, naja, nicht immer. Und wenn man dann noch ein bisschen Dialekt hat, wie mein Rainer oder ein Einschlag von irgendwas, dann natürlich noch weiter schlecht. Aber ja, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Allen, die heute frei haben, einen schönen Tag, die die arbeiten dürfen. Genauso einen schönen Tag. Und ja, den Schweizern nochmals einen schönen Nationalfeiertag. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Nächste Woche wird der Achim voraussichtlich wieder für euch da sein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.